Also ich habe irgendwann in meiner schlimmsten kurzer toxischen Beziehung, ich habe dann so einen E-Mail-Folder erstellt. Ich habe die noch nicht mal in den Spam-Folder, also ich habe so einen E-Mail-Folder, wo alle ihre E-Mails automatisch reingelegt worden sind. Ich habe da bis heute, das ist Jahre her, also viele Jahre, aber ich habe bis heute noch nie reingeguckt. Hallo, Freunde in der Nacht, Christian ist schon mal der Pardot, Diplom-Syloger und so weiter. Genau, wir haben ja die Liebeskummer-Woche, gerade hier spielt sich jetzt eher so ein Kurzvideos ab auf TikTok, Instagram und natürlich auf YouTube ja auch. Aber heute noch mal ein langes Video dazu, weil jetzt jemand eine Frage stellt, wenn er auch Fragen stellt, dann geht er am einfachsten über ein Formular auf liebeschip.de, schickt gerne meine neuen Bücher aus, Langzeitbeziehung. Und mein erstes englisches Buch hier, Decoding Love, der Liebescode übersetzt, mein erstes Buch. Genau, also, hallo Christian, ich war vor wenigen Tagen, also Zuschauer, habe ich dann ein Anti-Liebeskummer-Modul gebucht und bin richtig froh, es getan zu haben. Vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt habe ich aber auch eine Frage an dich. Vor einer Woche trennte ich mich von meiner Partnerin, mit der ich ein gutes Jahr zusammen war. Ja, es fing als Affäre an und da sind wir am Anfang, und da sind am Anfang, und da sie, ich glaube, sie vermutlich am Anfang noch verheiratet war, war uns beiden noch relativ klar, dass wir mehr als nur das wollen, also wurde daraus eine Beziehung. Ja, also, ich sage mal so, wie man sich kennengelernt hat, so trennt man sich auch häufig, deswegen, man hast du jetzt nicht gefragt, aber ich sage es trotzdem mal, ist jetzt vielleicht nicht immer so, aber wenn du so eine, also du hast ja da eine Frau, die Bereitschaft hat, fremdzugehen, so, ne, und, äh, das hätte sie mit dir auch, so, ne, wollte ich nur mal sagen. Ähm, im Laufe der Zeit zeigte meine Partnerin vermehrt negative, ja fast schon toxische Gefühlsausbrüche. Ja, also, viele Menschen gehen fremd, aber manche, die fremdgehen, fallen eben auch in so eine Kategorie von schwierig, äh, aber auch interessant häufig, das ist halt, also ich sage ja, die Männer haben eigentlich, alle die gleiche Frau, sage ich immer, die mir schreiben, äh, volatil, Stimmungsschwankungen, hot and cold, sehr sexuell häufig, und, naja, äh, wie du das, wie zum Beispiel du bist das und dies und hast das und jenes auch und wurden, mir wurden von eher psychischer Erkrankung zugeschrieben, die ich gar nicht habe. Ich sage ja, man kann manchmal so testweise mal ich und du vertauschen, so, dann, äh, aber gut, ich kenne sie natürlich jetzt nicht, aber, ähm, kann man mal so als Gedankenspiel mal durchspielen, ne. Ähm, meiner Meinung nach klassischer Fall vom Gaslighting, ja, und auch so, ist ja auch ein bisschen Schuldumkehr, so, ne, äh, ich trennte mich immer wieder von ihr, kam aber auch immer schnell wieder angekrochen, on, off. Ja, solche Beziehungen, äh, ist ja eh schon hot and cold und dann noch on, off, das macht halt liebessüchtig, haben wir ja schon oft besprochen. Und wie du auch hier schreibst, äh, on, off gleich nicht kompatibel, genau. Jetzt im Juni trennte ich mich endgültig, oh, herzlichen Glückwunsch, dass du das geschafft hast, hatte aber wieder ein schlechtes Gewissen, worauf sie, äh, diesmal mit mir schlicht Schluss machte. Na, ich meine, irgendwann ist es einfach so kaputt, also, das, äh, das wird ja, also eine Beziehung wird durch on, on, off ja nicht besser, wird ja immer schlechter, ne, man hat immer weniger Vertrauen, man rechnet da auch mit, und von daher, ähm, kann man ihr sicherlich jetzt nicht vorwerfen, aber, ähm, eigentlich ein guter Move, dass du Schluss machen wolltest. Ähm, aber wenn man das Gefühl hat, man muss Schluss machen, wo man eigentlich noch verliebt ist oder so, ne, hat, dann kann man auch sehr viel Liebeskummer haben, bevor man selber Schluss gemacht hat, ne. Ja. Äh, ich bin einerseits sehr leichter darüber auch tief gekränkt und im Ego verletzt. Leider nochmal, man will es eigentlich nicht und trotzdem will man, dass der andere bettelt, ne, ja. Besonders als sie mir noch am Tag der Trennung sagte, sie hätte bereits online gedatet und auch bereits was am Laufen. Na, ich würde mal sagen, das ist so ein, vielleicht eine Frau, die nicht lange allein bleiben. Ähm, auch gar nicht kann wahrscheinlich. Und dann, äh, wird halt sofort, das, äh, weiß es nicht. Ihr könnt auch gerne mal immer dazuschreiben, wie alte seid. Das ist manchmal dann leichter, sich da so rein zu übersetzen, aber ich kann das auch mal so machen, dass man das angeben muss. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, ich vermute mal, dass es jetzt nicht schwer hat, jemanden kennenzulernen und wie gesagt, braucht die Bestätigung. Naja. Aus einer Schockstarre heraus melde ich mich ebenfalls auf einer Plattform an, merkt er aber schnell, dass ich das gar nicht will und es wieder sein liest. Ähm, ja, also für all diese Sachen, äh, haben wir halt immer, ich weiß, das ist schwer, da so reinzukommen, ne, aber null Kontakte, null Informationen. Das heißt, ähm, null Kontakt heißt natürlich, äh, du meldest dich nicht. Ähm, null Informationen heißt, ähm, du hörst auch nichts von deiner Ex, du fragst auch keine Freundin, du guckst auch nicht ihr Social-Media-Profile an. Aber es heißt eigentlich auch, und ich glaube, es wirkt ja schon so, als wenn es hier so ein bisschen toxi-toxi war. Also bei toxischen Beziehungen müsst ihr leider blocken, ne, weil, also nicht, weil der andere jetzt so böse ist, vielleicht ist er das obendrein auch noch, aber als Selbstschutz, weil man einfach sagt, ey, ich bin so fucking addicted. Äh, ich komme da einfach nicht drauf klar, wenn ich, wenn da meine Ex wieder angesäuselt kommt, gehe ich sofort zurück. Ich kann das einfach nicht. Dann, ähm, ist es aber, wie gesagt, alles ausführlich nochmal in meinem Liebeskummer-Kurs, ähm, auf dann ist es wirklich besser, den einen auch zu blocken, ne. Kann man ja auch vorher schreiben, du, ich block dich, ich, äh, sorry, ich komme da einfach nicht, sonst finde ich von dir los, ne, wenn man will. Und dann, äh, ja, zieht man es durch, ne. Äh, mein Ex verhängt eine Kontaktsperre. Könnte man jetzt denken, ist doch super, aber das ist leider jetzt so, wie das dann häufig ist, woran ich mich auch hielt, sie schrieb mir ja doch in der Zeit. Sorry. So geil, ne. Also man sieht hier so ein bisschen, ähm, natürlich da habt ihr ja beide dran zu tun, weil du versuchst, dich hier rauszuarbeiten und sie spielt eigentlich Spielchen, ne. Ich meine, was soll das? Eine Kontaktsperre? Und dann, äh, schreibt sie dir, das macht fucking keinen Sinn, ne. Ich meine, sie ist vielleicht auch am Struggle ein bisschen, ne. Äh, äh, trotzdem sollte man nicht denken, dass sie sich genau fühlt wie du. Also denkst du wahrscheinlich auch nicht. Aber klar, sie ist jetzt vielleicht auch, ähm, ja. Also immerhin ist sie nicht so beeindruckt, dass sie nicht sofort jemand neu stated, aber gut, darf sie ja auch, ähm, aber, ähm, ja, also sicherlich ist sie auch ein bisschen affected, sag ich mal, von der Sache. Und, ähm, ja, deswegen, aber man muss das doch alles gar nicht werten, ne. Also es ist wirklich besser, Kanal komplett dicht zu machen, aber man, deswegen, man sagt ja manchmal, es dauert 15 Mal, bis man aus solchen Beziehungen raus ist, ne, 15 Versuche, so, weil, so sehen die ersten Versuche aus, ne. Ja, wir schreiben uns nicht mehr, bis dann einer wieder schreibt und dann fällt der andere wieder um. Und, ja, sie hattet ja auch schon X, On und Offs, ne, weil seid ihr schon bei 7, 8. Und das geht dann immer schneller, ne, bis man irgendwann nach 10, 15 Mal zu dem Punkt kommt, ey, das müssen wir jetzt, jetzt wird echt Tabula rasa überall geblockt, auf E-Mail überall. Ich will nichts mehr hören davon, ich kann es einfach nicht anders und fertig, ne. Sie schrieb mir in der Zeit, erst noch vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk, das sie verspätet nachträglich erhielt und dass sie es sehr schade fände, dass es nicht mit uns klappt und wünsche ich mir eine gute Nacht. Ja, was soll das? Das ist so typisch, was man so Hoovering nennt. Ähm, also, ja, also dich auch wieder ranholen, ne. Also für was, also du sollst halt nicht weg, ne. Du sollst halt, ähm, selbst wenn es jetzt jemand Neues ist, sie will dich halt nicht verlieren, weil sie wahrscheinlich ganz viel Aufmerksamkeit braucht, weiß ich nicht. Ähm, und das geht natürlich nicht, dass du dich einfach entfernst. Aber du, du kriegst auch nur so'n, so'n, äh, so'n abgelaufenen Fleischbrocken dahin geworfen. Sie schreibt ja nicht, ja, jetzt, äh, ich will dich treffen oder wann, wann, wann sehen wir uns wieder, sondern, ähm, die schreibt eigentlich gar nichts. Die gibt einfach nur Kontakt auf und das ist immer so das, das Unangenehmste, finde ich, ne, weil dann geht gerade, geht das Rattern bei dir wieder los, was, also ist auch wieder so hot and cold, ne. Ich schreib dir, aber ich schreib überhaupt nichts Handfestes, sondern schreib einfach nur, ja, vielen Dank für das Geburtstaggeschenk und gute Nacht. Ja, schon, ich meine, es ist alles menschlich, aber es hilft euch beiden nicht, glaube ich, ne. Ähm, 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 das triggert meine Sehnsucht, ja, und genau deswegen sag ich blocken, 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 äh, weil wenn man so richtig liebessüchtig ist, man kann sich dem einfach nicht, äh, es funktioniert einfach nicht, man kommt einfach nicht drauf klar, irgendwie, ne. Äh, jedoch ohne, äh, ich melde mich wieder bei ihr, ja, ich würde ja mal behaupten, dass unbewusst oder bewusst genau das war, was sie wollte, und, ähm, mal gucken, was sie jetzt damit gemacht hat, also ich melde mich bei ihr, jedoch ohne Erfolg auf eine Aussprache, so, das ist wieder hot and cold, es ist wieder die verdammte, verfickte, gleiche Scheiße, so, ne. Sie schreibt ihr, also, boah, ich kenne das so aus, aus meinen Irrsinsbeziehungen, die ich hatte, so, dann so, hallo, hier bin ich, dann meldest du dich und dann, äh, bin ich ans Telefon gegangen oder du wirst geblockt oder, ne, wir treffen uns nicht, also, das ist, das macht einen, also, das ist halt so ein, ähm, in so einer Nebenzweig der Psychologie nennt man das manchmal so, seductive withholder, äh, Susan Peabody, so eine amerikanische Autorin hat das geschaffen, den Begriff, und, also, das heißt so, so, also, verführen und gleichzeitig blocken, ne, so, hallo, gute Nacht, dann schreibst du ihr und dann, ne, also, ne, wir, wir sprechen uns nicht, gelten gemein als die gefährlichsten Dater, weil, weil sie, die, also, die können wirklich deinen Kopf so richtig kaputt machen, so, ne, also, das ist nicht ohne hier, nicht, dass sie jetzt intentional dir was Böses will, aber diese Art, diese Art, die ist für dich absolut giftig, ne, Ähm, so, also wieder Kontaktsperre, paar Tage vergingen, ich arbeite an mir und meinem Selbstwert, da hielt ich wieder eine lange Nachricht von ihr, Leute, so, also, wirklich, ihr beide, ihr kommt doch nicht weiter, ihr macht da wirklich, macht da einen Korken rein, echt, das funktioniert so nicht, ne, ja, du kommst da nie weiter, ne, also, äh, diesmal meinte sie, dass sie sich auch keine Freundschaft vorstellen könnte, sie schräg findet, dass ich auf derselben Datingplattform wie sie wäre und dass sie wegen mir nun gar kein Vertrauen an andere Männer hätte, ist wieder das Gleiche, ist das Gleiche wie vorher, was, was soll dieser Text, wofür, er ist komplett sinnlos, ja, da hast du eben kein fucking Vertrauen mehr, was ist, was ist, ich habe auch kein Vertrauen mehr wegen dir, aber was soll das, das führt zu mir nicht, das ist wieder Kontaktaufnahme ohne ein konkretes Angebot, was man jetzt damit macht, also, es ist, ähm, und du hast ja auch gesagt, ja, ich möchte keinen Kontakt mehr so, ne, und, und sie eigentlich auch nicht, ne, äh, nicht gut, gar nicht gut, für dich vor allem nicht gut, ne, ähm, ich schrieb darauf hin, dass es für mich in Ordnung geht und ohnehin auch schon damit rechnet, dass es keine freundschaftlicher Kontakt bestehen könnte, ich glaube, das war nicht ernsthaft, ihr könnt befreundet sein, also, ich meine, ich habe jetzt, du schreibst, es will ich nur eurer Beziehung, aber ich wette, die war nicht freundschaftlich, so, ne, ähm, außerdem willst du da mit ihren, wenn sie die nächsten Typen durchballert, willst du, willst du da daneben sitzen, ich glaube nicht, ne, da gibt's keine Freundschaft, äh, das ist, dass ich das Dating wieder sein ließ, das hast du jetzt geschrieben, oder, wofür, hör auf, dass, dass ich das Dating wieder sein ließ, dass es mir gut geht, und ich glaube, so gut geht's dir, na gut, aber wenn's dir gut geht, und uns rückwirkend einfach als nicht kompatibel ansehe, okay, aber, also, es hilft dir null bei deinem Liebeskummer, was du da machst, null, ne, macht, find da einfach ein Ende und dann blockst du sie, wirklich, ähm, als Antwort kam, äh, dass sie es ganz anders sehen würde, eben, dass wir perfekt füreinander waren, wenn ich nur mehr auf sie eingelassen hätte, ja, scheinbar hat sie sich ja nicht auf dich eingelassen, oder, ist auch, ist auch egal, spielt keine Rolle, wir müssen jetzt auch keinen Schuldigen finden, es hat nicht funktioniert, on-off, nicht kompatibel, lass das, ne. Gleich kurz darauf folgt eine Nachricht mit einer Menge an Anschuldigungen, wie gefährlich und gestört ich wäre, ah, sie hatte Angst vor mir, und dass ich das alles schriebe, ist Bullshit, also, ich finde deine Freundin nicht ganz ohne, sag ich ganz, äh, Ex-Freundin echt, wirklich, lass das, ey, nicht, dass da noch irgendein Scheiß rauskommt, und, ähm, noch irgendwas passiert, was, ähm, was sich noch mehr fickt, sag ich mal, mal, also, wirklich, äh, lass die Finger von der Elle, ich, wirklich, das ist, ganz ernst gemeinter Rat, wenn ich das schon so höre, ist erst so eine nette Nachricht, und nein, du bist gestört, und, ähm, Kilometer weiter Abstand, und wirklich, null Kontakte, ich sag's wirklich, das ist wirklich, mein ganz ernst gemeinter Rat, wirklich, lass das, ähm, ich schrieb dann noch im ruhigen Ton, äh, dass ich mir meine Fehler verziehen habe, keinen Groll, kriegen sie hier, also, du hältst zumindest deine Spieltäche sauber, das ist auch super, aber lass das, das bringt gar nichts, ne, und dass ich dankbar für die gemeinsame Zeit bin, weil ich viel gelernt habe, und da, das ist doch ein super Satz, und danach blockst du sie dann, fertig, ne, danach kam nichts mehr von ihr, ja, das ist das nächste Problem, wenn ihr nicht blockt, dass man immer noch wartet, auf was kommt, das, das macht, das, macht das Gehirn total Matsche irgendwie, ne, lass das, guck nicht nach, ob sie die nochmal geschrieben hat, so, ne, also, ich hab irgendwann in, ähm, meiner schlimmsten Kurzzeit toxischen Beziehung, ich hab dann so einen E-Mail-Folder erstellt, ich hab die noch nicht mal in Spam-Folder, also, ich hab so einen E-Mail-Folder, wo alle ihre E-Mails automatisch reingelegt worden sind, ich hab da bis heute, also Jahre, Jahre her, so viele Jahre, hab ich bis heute noch nie reingeguckt, ne, weil das ist vorbei, ne, ja, so. Hättest du eigentlich eine Frage in der Situation, warum macht sie das, äh, das ist dieser, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, muss ich dann auch nochmal ein kurzes Video zu machen, dieses, den anderen Verstehen hält euch im Liebeskummer, ne, wirklich, macht euch, wirklich, kann euch, das ist wirklich mein Rat, das ist auch meine ganzen Programme sind so, macht euch das einfach, ne, ich versuch's gar nicht zu verstehen, hab mir nicht gut getan, hot and cold, war toxisch für mich, ich arbeite an mir, oder, oder on-off, nicht kompatibel, juckt mich nicht, was sie denkt, ne, weil das, äh, also sie verhält sich auch null Kontingent, ne, also es ist mal so, mal so, und da willst du gar nicht reingucken in den Kopf, also, warum sie so ist, ne, also ich könnte jetzt irgendwas runterrasseln, aber da müsste, äh, das wäre jetzt in den Glaskugel gucken, aber ich denke, wie du schon sagst, sie ist halt ein bisschen durcheinander, weil das ja auch ein bisschen, sag ich jetzt ohne jede Wertung, ein bisschen labil oder, ähm, und, äh, oder leicht im Schmerzkörper und, äh, oder hot and cold, Punkt, mehr musst du nicht wissen, so, ne, und tut ihr nicht gut, das sind die einzelnen Kategorien, die für sich wichtig sind und lass das zu versuchen zu verstehen, also ich denke schon, dass sie, ähm, jetzt auch denkt, ihr könnt keine Beziehung mehr haben, aber sie möchte dich, ich sage jetzt mal, so in da ihrem schwarzen Notizoper halten, so, ne, als jemanden, den sie noch, wo sie noch Aufmerksamkeit kriegen kann, ne, sie möchte sich trotzdem nicht, ähm, da habe ich, glaube ich, früher, vor Jahren, in meinen ersten YouTube-Jahren haben wir das ganz oft besprochen hier, so, ne, also sie möchte weder, äh, weil sie hätte ja schon neue Typen oder möchte jeder, weder mit dir zusammen sein, sonst, aber ihr Ego ist wahrscheinlich auch ein bisschen geknickt und sie möchte aber auch, dass du weiter, also, sie gut findest, ne, und wenn mal nix, äh, da ist irgendwie auf der Dating-App, dann kann sie auf dich zurückgreifen und das, äh, das würde ich nicht machen, so, ne, das wüsste echt, soll es dir mehr wert sein, also hör auf von dem ganzen Scheiß, block sie und fertig und wir sehen uns bald wieder, mach die fucking Kurse! zum nächsten Mal-